So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich sammle Steine beim Spirebecken. Das ist genau hier in der Mitte. Ich habe das Gebiet selber noch nicht erkundet. Ich hoffe jetzt, dass das hier nicht total in die Hose geht. Aber so wie die Aufgabe sagt, würde ich sagen, wir müssen einfach nur ganz simpel Steine sammeln. Aber wie gesagt, wir gucken gerade mal zusammen. Da kommt voll euren Abo rein. Danke erstmal. Und wenn auch du abonnieren willst, würde mich natürlich sehr freuen, schon mal Hängelkleidern auf Distanz hinzufügen. Loll, 100 Steine. Ja gut, die müssen ja eigentlich ziemlich simpel hingehen. Warte mal, wir gehen aber trotzdem erstmal hin und holen uns die Kiste, damit wir überhaupt glüht haben. Zack, 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 zack. So, oh Gott, schon die neue Waffe. Keine Ahnung, was damit los ist. So, wie gesagt, einfach 100 Steine sammeln. Sollte eigentlich, ja, ihr seht schon. Zack, ihr seht, Level 3. Aufgabe ganz easy gemacht. Macht das Ganze halt, wie gesagt, in Gruppenkeile, denn da bekommt ihr mehr Steine, wenn ihr abbaut. Und ich denke mal, ihr werdet auch kaum Gegner haben, so wie ich hier, weil so viele Steine sind hier eigentlich nicht. Mich wundert eigentlich, dass hier keine Gegner sind. Und, lol, boah, was ist denn für eine Waffe? Eieieiei, ich sag ja, alles ist neu. Ihr seht, 72, ganz easy. Und in dem Sinne, ihr seht, sammle Stein beim Spirebecken. Einfach in den Becken landen, Steine einsammeln und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Nochmal 30.000 XP. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Aufgabe. Wenn ihr noch mehr Aufgaben sehen wollt, guckt gerne auf dem Kanal vorbei. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.